Nach Manitoba, der weiten und flachen Provinz im Landesinnern von Kanada, geht es weiter Richtung Pazifik. Über die Rocky Mountains auf die Vancouver Island nach Victoria. Das Klangforum wird freundlich empfangen. Nicht zuletzt mit strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel. Kurzes Ausruhen vor einem weiterhin dichten Programm. Ja. Na dann, Digga, 30 Minuten? Dann machen wir uns weg. Dann geht das noch ein Stück hoch. 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 Vielen Dank.